ich weiß dass leute für diese runde nehme ich jetzt karl storch wenn die wenn ich jetzt ich sterbe mit dem ich sollte ich sollte ich durch war ja wie schon gesagt karl storch ist doch nur der will einfach nur die ehre an die sollte weitergehen deshalb ist das schon fast 50 und sich blut an wenn du oft blut ist wie dex ja hallo weil du dich obwohl es ist weniger gewonnen bei dir am anfang war es ja immer so du hast angefangen zu bluten und hast dann vergessen die tasten zu drücken ja am anfang man muss das ja auch lernen diese ganzen mittlerweile ist es nicht mehr bei dir die ganzen schweren sachen zwischendurch ist es immer noch ganz praktisch blut haben kommt darauf an wenn zum beispiel so gute hunde auf dich zukommt oder sowas das ist ein platz patronen vorrat also was ein köder will alle arten von ködern mit munitionskisten wieder auf weiß ich nicht so seltsames kann dir den müsstest du schon haben grenzländer empfehlen ja den habe ich gerade hier ist gut was platz patronen also was ist loadout gerade so lassen bei herausforderung soll es schöne belohnung geben herausforderungen woher denn da aktiviere dreimal die heilquelle im schnellspiel ok würde 25 im wasser durch kopfschuss herausforderung die habe ich fertig der ist mir alles zu kompliziert ich habe dafür gerade eine crowning king bekommen die wöchentliche habe ich noch zehn schrottschnabel trophäen also wenn du mal irgendwann 100 level 100 sein solltest äh grave also ich würde es nicht empfehlen äh prestig zu nehmen das war mega mega enttäuschung wüsst du also was kann ich da machen ab 100 du kannst ja aus also wenn du kannst prestig gehen oder wenn du halt weiter spielst kriegst du halt oh was ist ich wie viel xp ein bisschen hand dollar du kannst mehr geld bekommen oder kannst auswählen mehr xp bekommen oder du kannst einen legendären skin bekommen für weniger geld also nicht mehr für für blutmarken sondern für geld und ich habe dann mal kriegst den freigestaltet und danach kannst du dir immer kaufen okay oder so und ich habe mir natürlich den skin genommen dann habe ich gedacht ja dann sagt er ja sie verlieren wohl alle ihre jäger alles was so eingestellt ist ja okay ist egal auf einmal habe ich von meinen elf oder zwölftausend dollar die ich noch hatte nur vier auf meinem konto warum das das stand aber nicht im klein gedruckt dass das geld weg ist ja geld war weg alle perks waren natürlich weg stand aber auch da aber es ist irgendwie du kriegst mehr maulus als 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 vorteile ich fand das ist die ich so eine lange weile beschäftigen ja 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 guckst ganz schön ernst wärst du ein schicken schnäuzer du im gezielbild noch wenn ich so ein dreckshemd und so eine scheißhose anziehen müsste wenn ich auch so scheiße gucken und dann auch dieses schilder zu mir doch egal 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 ist mir egal was hier drin ist aber scheißegal oh sorry da hinten könnten wir welche spawnen erstmal einen astopfer mitnehmen ja ich schieße auf den zombie aber daneben natürlich aber es hört man nicht auf die distanz wenn die hinten kommen sollten und weiß ich mag keine bewegten ziele er hat ja das haben wir aufgeschreckt das direkt hintermauern an herren Prozent noch kosten mehr am nächsten vor Ort klingeling klingeling er wird er doch kommt der Eiermann was sind Der spielt dir mit deinen Eiern rum. Eiern ran. Das war was anderes. War ja, das war... Das war ja das Lied von meinem. Oh Gott, äh Hunde. Wo ist er? Was war denn der? Sepporti jetzt bis dahinten. Ein Mausen rumgelaufen. Wegfindung des Teufels. Hier. Hier Emulatoren dreimal Headshot killen. Da. Sind die denn so aggro? Warum ist denn die Hiveling hier auch noch? Boah, das wollte ich gar nicht. Auf mich zu... zu beißen? Ich bin verletzt. Ich warte nochmal. Also, warum war jetzt alles so aggro? Keine Ahnung. Weil wir so gut aussehen. Ziemlich so lange. Keine. Keine kommt ein. Und dahinter ist der Hive. Weil du Karl Storch dabei erst. Und du läufst wie so'n Storch. Wenn ihr irgendwo Heilung seht, bitte her damit. Hier ist ein Schuh. Oh. Oh, hier ist er. Hier ist er. Hier laufen ja eine Heilung und keiner sagt. Das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Ich hab Karl Storch dabei. Den will ich doch immer zu überleben bringen, Mann. Das muss die Heilung. Die hab ich aufgeholt. Jetzt. Beide schon benutzt. Hast du denn nicht verdient? Was muss ich denn tun? Ich hab's schon spät. Ich schieß alles. Über die ganze Zeit an die Leute und an den Zombies vorbei. Hast du's zu brauchen? Ja, ich mach auch nur noch diese Runde und dann muss ich mit dem Runden raus. Ringdanced. Aber, 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 aber. Kein Aber. Aber, 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 aber. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir geht's auch gerade wieder. Oh, meine... Ich will hoffen, dass das keine Langzeiterkältung wird, oder sowas. Also hier ein paar Tage, oder so. Hab ich keinen Bock zu. Darf ich mit rein? Du nicht. Wo müssen wir denn hin? Äh... Hier ist Munition, denk ich. Jetzt wieder nach Süden. Fruit in der Dose. Was wollen wir denn hier? Was wollen wir überhaupt hier? Ich weiß nicht. Auf ihr wartet. Hier wohnen... Hier waren schon welche. Auf jeden Fall. Oh, das sind wir geschafft. Die Falle sind schon reingelegt. Sorry Leute. Also hier waren auf jeden Fall welche. Aber ich hab vorhin auch grad ne... in einer Hütte ne Falle reingelegt. Aber ich glaub das war noch nicht hier. Ich glaub das war noch nicht hier. Ich sterb langsam hier. Also... Einfach nach Südosten, oder? Ich weiß nicht. Wo... Da kann aus. Ich hasse diese Ecke hier zu kämpfen. Wie oft hab ich hier schon... Ver... Verloren hab ich verloren. Bist du von links, oder? Ja. Ja. Aus... Recht weit weg. Aus Recht weit weg. Ganz weit weg. Jansen, weit weg. Far further. Far further away. Äh. Ich wollt grad sagen, ich hab den Boss gehört und irgendein komisches Geräusch. Der Boss ist da drin. Okay. Ich nehm mal wieder meine alte Position an, wo wir letztes Mal im Mittel und so gekämpft haben. Die war ganz gut... Ups. Ast. Mann. Die war ganz gut. Hallo, hier bin ich. Hier hab ich gestanden. Und das war eigentlich ganz gut. Aber es war ja Nacht und Nebel, weißt du? Das war die Nacht und Nebel-Kampf. Ich bin jetzt auf der ganz anderen Seite. Ja. Ah, das ist aber... Das ist nicht das Gebäude, ne? Ein... Ein Gebäude daneben. Oh, hier ist ja so... So ein Feuer, Klaus, hä? Du kommst ja nicht auf den Berg hoch, Mann, Mann, Mann. What the freaky hell? Weil ich das? Ja. Ich stand nur die ganze Zeit auf dieser Position. Ich hab mich noch gar nicht wegbewegt. Und warum besetzt ich, weil... Ne, egal. Wer, wenn nicht du? Alter, Tix. Was soll ich machen? Der erste hängt an meinem... ...an meinen Fuß. Ich geh mal schnell auf meine Position, damit ich wieder leise sein kann. Der andere Seite ist auch noch was, den wir gerade haben. Ja. Ja. Oh, ja, warte doch. Schieß doch nicht ohne mich. Ah, die wissen doch nicht, wo du bist. Die wissen doch nur, wo ich bin. Ah, hast du gesehen? Siehst du das von da, Gravy? Dieser Weg zwischen den beiden Gebäuden? Ja, ja, ja. Ich hab nur... Ich bin wieder weggeguckt, direkt. Ist er hochgelaufen? Wo ist er hingelaufen? In den großen Turm oder wieder zurück? Nach oben. Ja. Aber ich fühl mich hier nicht so ganz sicher auf dem Dach. Das ist irgendwie zu offensichtlich. Ja. Großes Problem hier allgemein. Du hast ja nicht so viele Möglichkeiten. Die waren jetzt einfach ab bis des Verbandes und dann... Hä? What the freak? In den Turm. Ich hab den auf den Kopf anvisiert, aber der ist... Der Schuss ist irgendwo hängen geblieben. Irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. In dem Turm. Ja? Der wollte da rüber laufen. Jetzt hat er mich getroffen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ey, ganz ehrlich. Dieser Quatsch hier. Manchmal geht mir dieser Quatsch voll auf die Säcke, ey. Das geht mir echt voll auf den Sack. Den hätte ich so gekillt gerade. Mann, ey. Worauf hab ich dagegen geschossen, Leute? Können wir das mal sagen? Du musst mal kurz was gucken. Hier gibt's Geld. Ja, ja. Oh, ich hab's nicht gesehen. Da. Kannst euch wundert, ich mach da die Fenster nur auf. Weil du kannst da richtig schlecht reingucken, wenn die noch drin sind. Ah, der schießt durch die Hauslücke. Ich bräuchte eine Heilung. Ja, nimm zurück, mein Kind. Ja, ich hab schon einmal. Okay, wir sind nicht der Einzige. Emulator, geht auf die los. Ne, der kommt gleich zu uns. Ne, der rennt da hinten. Der will da rein. Ah, er weiß nicht ganz, was er will. Also, ich seh nicht. Ich weiß noch nicht, wo ihr hinschießt gerade. Ne, ich hab bloß nochmal Spekulationshäure dahin gestorben. Oh, stand da gestorben irgendwo? Die Spinn, die Spinn, die Spinnleute, die werden sich glaube ich denken, mal noch aussehen. Stefan, Kapu ist da. Also, wenn ich das richtig verstehe, sind das drei Teams, ne? Ja. Also, mit uns. Wo ist das denn? Hier um das Kämpfen. Die sind von der anderen Seite gekommen. Ja. Also, einer ist gerade gestorben auf jeden Fall. Da wird auch was geworfen wieder. Wo war ne Flashbang? Die haben da drüben aber, glaube ich, die bessere Position. Und hier, du kannst halt da drauf gucken und da. Das war's. Ja, ist die Frage, was wir machen. Wir könnten... Die könnten ja nur nach links weg oder nach oben weg. Wir könnten uns zum goldenen Morgen zurückziehen. Da fand keiner ausgerufen. Also, die Spinnleute gehen raus. Ja, ja, die sind weg. Wir nutzen das, glaube ich, aus, dass das so entspannt ist. Also, ich kann jetzt hier in diese Lücke, in diesen Durchgang gucken. Jemand runtergesprungen? Ja. Da ist einer. Marvin? Sehr schwer. Jürgen, hier ist bei mir hier? Auf dem Geländer bei einer. Hier, hier ist bei mir bei einer. An den Fenstern. Zum Glück habe ich die aufgeschossen, weil sonst hätte sie ihn nicht gesehen. Du kannst doch richtig schlecht durchgucken. Habe ich nicht, dass er auf das Fass geschossen? Ich manchmal... Ich glaube, ich bin zu müde. Ich meine, ich hätte auf das Fass geschossen. Der schießt genauso aus einer Holzlücke, dieser kleine Sch... Du, ähm... Benni, du siehst die, den dann, wenn da jemand aufgehoben wird, oder? Ja, ich sehe die Leiche zwar nicht, aber ich prob halt die auf das Geländer. Ja, der war direkt bei dem Treppenabgang. Scheiße, kann ab und unten dann geheilt werden. Ja... Das sieht dann wieder ganz schlecht. Sarah, dankeschön. Guten Abend. Ich sehe hier nix, ey. Das ist echt... Schlecht. Das ist schlecht. Der Junge läuft bei mir. Der Benni läuft gerade. Wo? Aber nicht drüben, ne, ne. Die laufen einfach bei mir. Hier wundert es mich aber auch wieder, dass keiner, was... die Trophäe holt und guckt. Das ist vielleicht auch die neue Taktik, oder wo? Ja, sie kommen nicht mehr dran, weil das andere Team dort ist. In die Richtung geht. Bei mir ist einer. Getroffen. Ich glaube, den habe ich gestorben. Ja, ja. Ich habe es gehört. Einer ist hier drin. Getroffen. Hier ist hier ein Fenster. Ich sehe ich nix, ey. Ich bin versuchen, dann die Mauer mal zu rennen, dann was rein zu schmeißen. Also, bis hier ist es safe, wo ich stehe. Ich renne da jetzt mal zu der Mauer. Wo stehst du, ne? Ich habe keine Ahnung, der ist, ich sehe das leider nicht so gut. Ich mache es einfach, Dynamit noch rein. Ja, kann es ja mal versuchen. Ne, Achtung. Doch, er rennt, er rennt aber. Ich ging eines gerannt gerade. Das ist nur ein Redshirt, ist das. Der, der, der habe ich jetzt gerade ewig an dem Fenster... Also, Grave, den du erschossen hast, der ist mir nicht net da. Okay. Den haben sie schon wieder hochgekommen bekommen. Ich habe mich jetzt mal herangeschlichen. Ich sehe den halt leider gar nicht. Nein, da läuft hier draußen, ein gelbes Schild. Ich mache da gerade mal ein bisschen Booms da hinten. Pass auf, ne? Die Spieler schießen da rüber. Hier ist er an der Mauer. Er schießt auf mich. Hier klettert gerade wieder wer. Das sehe ich nicht. Doktor. Einmal getroffen? Ja, hat sich versteckt. Läuft gerade hier. Oh! Da hat mich jemand anders angeschossen. Wo? Hier ist einer. Der rennt weg. Oh, der ist hier oben drin. Ja, das ist der, der hat auf mich... Hast ihn gekillt? Ja, ja, ist gut. Sauber. Einer ist hier gerade... Ich habe durch die Lücke geguckt. Ich habe... Der ist einfach weggerannt. Wo schießt du gerade, Dex? Ja, warte. Da, wo ich... Zwischen der Mauer, wo ich gerade eben schon hingezielt habe. Pass aber auf, ne? Kannst du nochmal ping? Ich darf ein bisschen hin und her. Kannst du nochmal ping? Ja, Sekunde. Ich muss gerade nachladen. Warte. Oh, da kommt auch noch einer. Da schießt einer aus dem Fenster. Jetzt ist es mal auch ganz knapp. Hier läuft jemand auf Metall. Ja. Hier. Im Zwischendingen ist es. Der will sein Maid hoch eben. Der holt ihn hier hoch. Kann leider nichts gegen machen. Hab ihn. Da kommt einer rüber gelaufen zu dir. Achtung. Der ist wieder rüber gelaufen. Einer. Oh, ist er runtergefallen, glaube ich. Wuhu. Was wollen die immer von mir? Ja. Der war aber wie? Noch einer. Oh Gott. Hier bei mir ist noch einer. Der hat mich. Uh. Nein. Oh mein Gott. Uiuiuiuiui. Hei dich. Gib dir die Spritze. Ich habe keine. Ich habe keine Spritze. Jetzt geht's hier irgendwo. Alter, ich höre nichts. Ah, hier hinten an mir ist einer. Direkt hier hinten dran. Also ich habe die zwei auf der anderen Seite hier gerade rausgeholt. Wo hast du die, Grave? Im Haus? Es sind drei Kinder der Mauer hier. Einer lebt da noch, ne? Der kann auch seinen Kollegen jetzt schon wieder hochgehoben haben. Ich kann dich von hier aus schützen, Grave, ne? Ja. Denk doch, wenn du den hörst. Schieß ruhig auch mal gegen die Mauer. Der Schuss geht dann durch. Ja, ja. Ja, wird sein. Verdammt. Ich habe nur noch vier Schuss mit der... Einer hat eine Trophäe aufgehoben, ne? Mittlerweile. Ja. Immer noch da hinten. Holy shit. Einer läuft da hinten. Hier ist einer drin. Ich habe ihn erwischt, glaube ich. Glaube ich. Also ich habe jetzt keinen Schrei gehört, glaube ich. Doch, doch. Dominik ist gestorben. Ja. Also hier ist noch ein... Weiblicher. Ja, ja, ja. Sein Team hat mich gerade angeschossen. Der läuft lateral. Der läuft da hinten in den Bahnhof rein. Der hat es noch mal angeschossen, aber ist nicht gestorben. Okay. Aber immer noch Schaden. Oh mir geht die Munition aus. Ich habe noch zwei Schuss. Irgendwie hat immer noch einer aus dem Fenster hier bei dem Bahnhof geschossen, aber der hat jetzt... Bis jetzt hat er aufgegeben mit den Schüssen. Ich bräuchte ohne die Munition. Hier läuft irgendwie Munition, aber es ist mal die falsche. Ich habe ja keine Funke für mich. Ein Spieler kommt zwei nach. Das ist wirklich so. Ich höre erstmal nichts mehr von drin. Verdammte Kack hier. Oh, war der Schuss? Äh, in dem Haus, in dem kleinen Bach. Nein. Von wo? Das wäre anders. Das muss der im Haus sein. Also der, der die Trophäe hat. Muss das jetzt gewesen sein. Nee, es hat keiner mehr eine Trophäe. Es sind beide tot. Ah nein. Nee, Dex, das war der, die... Äh, du erschossen hast jetzt auch noch mal. Die hat wieder hochgehoben. Einer liegt an dem Häuschen, wo ich tot bin. Da müsste er bloß hingucken. Ich seh's ja nicht, wie du bist hinter dem Haus. Ja. Verdammt! Ich weiß nicht, wo wo der Schuss kam. Der Schuss kam von irgendwo hier. Ich höre nichts mehr im Haus gerade. Wir werden den halt 100 Pol gleich aufheben. Dann sind sie wieder zu dritt. Da ist Munition, Grave. Oh. Unter dir. Unter dir. Direkt. Nee. Umdrehen. Egal. Da, 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 da! Hä? Da! Nehmt das Huhn, ey. Ja, schön, was liegt. Jetzt waren Schritte links von dir. Ich schieß doch immer noch. Von wo schießt du denn? Von wo schießt du denn? Die werden sich in den Poster eingenissen. Ja, ja, klar. Aber wo? Der ist über mir irgendwo. Verdammte Kack hier. Oh, aber ganz kurz. Dex, pass auf. Ich seh jetzt nicht mehr, wenn einer aus dem Turm zu dir guckt. Geh ich nicht mehr mit. Meinst du, im Turm ist noch was? Da kamen gerade Schritte her, auf jeden Fall. Ja, da liegt aber einer tot. Da kommen Füße aus dem Boden. Also einer ist da... Da müssen Füße sein. Hört halt gern zum... zum Benni, aber wenn ich jetzt da... Ich hab grad echt noch Schritte... Ne, der pass auf. Du hast doch auch Schritte gehört, oder? Ne, ich hör keinen Schritte. Ich hör hier... Hier ist ein Schlüssel. Aus diesem Gebäude ist ein zweites Schlüssel. Ne, ich mein, Benni hat Schritte gehört. Ja, ja. Ich hab die Schritte da oben gehört. Aber wenn du da bist, wo ich bin, da kann er dich nicht treffen. Ja, der ist noch da drin. Der ist auch nicht ganz oben. Hab ihn. Sehr schön. Wo hast du ihn erschossen? Einmal rück... Da springt doch noch einer. Ja, jetzt ist einer bei Dings drin. Wo die Trophäen sind. Jetzt hat er mich. Ah! Oh, ein Snipergewehr. Deswegen sieht der mich so gut. Hm. Okay, mein... Heb mal lieber den Benni hoch. Wenn du das kannst. Aber pass auf, der hat ein Snipergewehr. Ich weiß nicht, von wo der schießt. Also, ich liege in einem Haus drinnen. Aber der schießt aus dem Bahnhof. Oh! Ah! Ja, vorsichtig! Nein! Ah! Das war gut! Ah! Scheiße! Mann! Äh! Wir haben ja auch mit ihm geflogen! Die haben sie auch wirklich alle, alle x Male aufgehoben, ne? Jaja, also der eine der mich erschossen hat, der durfte nur noch einen Lebensbalken haben. Weil du hast den erschossen. Ich hab den erschossen! Der war auch fast tot. Er hat nur noch einen halben Balken jetzt gerade gehabt. Der andere. Das war mein Storsch! Ähöhöhöhöhö! Gott! Oh! Ja, es sind halt nicht immer alle guten Dinge 3. Wir haben mal gut in Schach gehalten. ja aber es ist unglaublich schießt einen über den haufen dann steht er plötzlich wieder auf und dann schießen wir über den haufen steht wieder auf das waren doch jetzt zwei oder zwei also zwei dreier teams ich habe 1 2 ich habe vier gekillt weil du ein ich habe nur eigentlich geld dann hast du ich habe drei vier ich werde von diesem jäger getötet du musst auf einen fortschritt klicken und dann letzte ist besser eingeblendet da müsstest du da müsstest fünf gekehrt haben für die letzte mission fünf habe ich ja du hast den einen da im turmleck habe ich immer rausgeholt ja genau und dann noch ein habe ich ins haus reingeguckt und oben durch die luke und habe dann headshot gegeben direkt mit der der pistole was mir was mich habe ich keine jäger was mich immer wundert die runde hat 20 minuten gedauert dass ich kommt mir vor wie drei stunden irgendwie immer schade der karlstorch der war level 42 dafür ist jetzt sehen habe ich denn da noch jetzt habe ich noch die boika das neue jäger gibt es mal gucken was haben wir da ja ich auch schaue auch in der nähe befindliche fallen werden der schatten sich sichtbar ist auch cool ich habe hier jetzt ludwig steiner ich habe hier da ist er guck mal da habe ich eine hin ja der muss jetzt aber auch immer headshot geben du jacques 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 headshot young weg mit deinen scheiß waffen du vogel okay diesmal diesmal nehme ich mal keine wetter leone dings sondern nehme ich mal eine mit mit fernrohr da hätte ich glaube ich besser sehen können das wäre wo der rumläuft weil ich habe mich ja die ganze immer beschossen aus dem aus dem haus da und ich wusste nicht wo die schüsse genau kamen naja egal aber gut hat mir gefallen hat mir voll gefällt ja spannend war ja richtig richtiges blutbad also keine runde mehr nicht unbedingt okay daher soll aufhören wenn es am besten ist und ich fand das war jetzt nicht gut und vor allen dingen habe ich den gleichen wie wie die wie du grave vom gesicht her oder nee 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 du hast mir haare ja ich habe mir geile hau frisur schon ziemlich geheimrat säcken ich bin auch alt wie im echten leben der jacques der jacques der läuft nur wein okay leute wir machen für heute schluss ich bin ich fühle mich aber auch nicht unbedingt von der auch wenn wir gute runden hatten aber ich fühle mich mit dem die nase die die macht mich total irre diese nase diese nase